Ja, wir lassen uns immer wieder zu hinreifen. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Können wir uns umgucken? Oh, können wir an. Wir brauchen gar nicht laufen, die schieben uns. Was ist mit dem hier? Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der kann sicher schwer arbeiten, bitte Frau Engel. Schauen wir mal nicht hin. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandantin. Hey, 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 hey. Ich will raus. Klopf, 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 klopf. Geht nicht, klopf. Geht nicht mal. Oh, was ist, wenn ich das nicht mache? Hä? Boah, da haben wir so Riesenmächter da stehen, dass der da runter passt. Lololo. Wie lange wird er das? Leise riesen. Rieselt der Schnee. Griskin fährt ein VW. Hört nur, wie lieblich es kracht. Griskin hat ein Unfall gemacht. Wie lange hast du Geduld, wenn ich hier sitze und stehe und mache nichts und gucke dich an und gucke mich um. Guck, das war es auch. Guck mal den Lapp ab. Guck mal den Lapp ab. Okay, wir werden wohl hier nicht rauskommen, wenn wir das nicht machen. Machen wir das mal. Was macht die jetzt? Ah! So eine verkackte Nummer und jetzt haben wir aber so einen bescheuerten Aufnäher. Ey, lol! Boah! Zu drei, Mann, ey! Was seid ihr für feige Pisser, ey! Sei leise! Bleibt einer von... Einer von ihnen... Bleibt wachsam! Boah, hört ihr mal auf! Oh, ne, Alter! Ihr seid ja feige Dreckshecke! Okay, häufig, ich geh jetzt vor. Kann ich dir aufhelfen? Kann ich dir aufhelfen? Kann ich dir aufhelfen? Kann ich dir aufhelfen? Komm, bombarte! Katja, Milo und Boris. Ja, okay, dann gehen wir mal an das Scheißding hier. Der erste Tag ist Tag, mein Freund. Werden uns zu akzeptieren. Es wird nicht einfach... Mehr. Nun, ich weiß nicht genau wie lang. Wochen, Monate vielleicht. Wenige überleben lang. Ich bin auf dem Kerl gekämpft, hab sie eine Weile aufgehalten. Irgendwann waren sie zu stark. Nun versuche ich, am Leben zu bleiben, Tag für Tag. Ich suche einen Mann namens... Seth Ruff. Hab von ihm gehört. Soll hier länger als alle überlebt haben. Er ist in Block 4. Wenn du dahin willst, brauchst du die richtige Klänge. Boah, verdammt! Such nach einem Gefahr. Da drüben rechts. Er hat eine Block 4 Uniform an. Heißt Milo. Hab gehört, seine Frau ist bei uns im Block. Vielleicht will er ja mit dir die Uniform tauschen. Aber du musst zuerst die Wachen ablenken. Okay. Ja, jetzt haben wir ja einen Auftrag. Wir haben ein Ziel. Und wir haben eine Mission. S, A oder D? D, äh, wir machen jetzt mal... D. S. A. D, ähh. Möcht deine Maschinen kaputt, dann drehen die Wachen durch! Das ist ein guter Trick, um sie loszuwerden. Äh, wie kann man sich da unten das aufheben? Achso. Ich muss da... Okay, die Stromkaste drücken. So. Hau mal das da. Äh, dann da hier und ne, wo wir so. Und dann da. Und jetzt auch ein Knopf, glaube ich. Oder da. Okay, wir müssen es. Dann machen wir den. Dann machen wir da. Okay, jetzt haben wir es aber. Oh. 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 Arbeiter, aufgrund der... Milo, Milo, ich weiß, wo deine Frau steckt. Was? Wer bist du? Ich bin im selben Block wie sie. Sicher? Sie ist nicht tot? Oh Gott, oh Gott, sie lebt! Wenn du die Uniform mit mir tauschst, kannst du es selbst rausfinden. Okay. Schnell. Öh, wir tragen alle rot. Haben wir nicht vorher grün getragen? Ne, oder blau oder sowas? So, jetzt zähl im Block 4. Nun, wie sieht es aus? Können wir ihn wieder anfangen? Die Lager sind geschmolzen. Wir brauchen hier unten ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, wir gehen was auf. Ja, wo nicht? Aufgepasst, Gefangene! Die Fabrik ist für heute geschlossen. Kehrt sofort in neue Partier zurück. Insassen von Block 4 durch das rote, Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Ja, ich auch. Bombarde. Bombarde. Seid vorsichtig da draußen. Vorsichtig. Finde Milo. Finde Milo. Bist hall. Finde Milo. Das war's für heute. Ich musste mich jetzt abknallen lassen, aber ich glaube, ich wäre nicht weitergekommen. Aber es ist interessant zu sehen, wenn du den nicht anguckst, wirst du sofort abgeballert. Also, die haben definitiv was an der Mütze da. Statt dass du dann erstmal prügelt kriegst. Ey, wir sind sofort immer nach oben geballert, ey. Das habe ich den schon angeguckt und er wollte trotzdem nicht. Naja, dann machen wir das mal. Geht doch. Sack. Alles klar. Das Messer, der muss doch einen Namen haben. Wenn er rauskommt, wird es übel. Er schnappt sich den erstbesten Gefangenen, zieht ihn zu sich hinein und bearbeitet ihn mit dem Messer. Dann kommt keiner wieder raus. Okay. Das Messer, der muss doch einen Namen haben. Niemand kennt seinen Namen, aber alle kennen sein Messer. Aber, das heißt, da kommt noch, äh, oder interessant, denke ich, wenn wir mal jetzt hin. Robi-Robot, ich glaube, so einen hatten wir als letztes Tag, guck mal, hat der dicke Ausbefall, da ist mich. Dann ist bestimmt 12, 12, äh, wohl, 12, äh, ach, die Dumme muss. Wie kam, wenn sie den Tod des Engel, wie heißt sie wirklich? Irene, glaube ich. Irene? Irene, Engel. Ah, verstanden. Engel. Dass sie sich in der Nachwuchsdruck auch gearbeitet hat. Kennst du die? Ja, meine Enkelin ist auch ein Mitglied. Ja? Oh. Wie alle Mädchen neutzutage. Er steht da mit der Jacke da und friert sie dann ab und er steht da, äh, äh, oben ohne und. Wow. Was du da? Ich habe dich wohl mit den wahren Reden hören. Ich habe ihnen gesagt, dass ich keine Umstände machen will. Aber sie haben sich nur über mich lustig gemacht. Sie stießen mich und sind einfach gegangen. Wo kommst du her? Aus dem Osten. Tief aus dem Osten. Das ist gut. Mach was draus. Nutze es gut. Was? Es hilft dir besser, mit den Wahren zurechtzukommen. Verstehst du? Danke. Oh, ihr fällt Schnee, es wird langsam kalt, aber, äh. Ich habe sie gesehen. Im Zug. Kann sein. Es waren viele in dem Zug. Ich sollte gar nicht hier sein. Fehler der Behörden. Die Wahren hören mir nicht zu. Aber ich werde schon jemanden finden, mit dem ich sprechen kann. Wo ich herkomme, bin ich ein sehr angesehener Geschäft. Also ganz anders als wir anderen hier, ja? Ja. Warum stellen sie sich nicht dahin? Bei dem ist es doch warm hier. Können sie sich aufwärmen? der rechte fuß wackelt der linke auch schauen wir uns mal hier oben um weil hier fällt das schöner baum ich habe es gedacht dass er ein offenes fenster da kommen wir nicht drauf wir standen davor dass sie sich angezählt alles klar schon von der troppe zu sein von hinten jetzt sind aber er wird ihn da oben sehen er ist und und ...aufnahme bleibt. Stellen Sie Ihren Pfeffer und Ihren Morsen-Toilette. Das hat mir von der Sache mit Block 7 erzählt. Er meinte, Sie arbeiten dort mit empfindlichen Maschinen. Alles schön sauber. Interessant. Der Wachleiter verhält sich ungewöhnlich zivilisiert verglichen mit den anderen. Ah ja, okay. Ist das dein erster Winter? Nein, nein. Ich komme aus dem Norden. Ich bin Kälte gewohnt. Das ist eine ganz andere Art von Kälte. Behagliche Kälte. Ich denke, dies wird ein letzter Winter. Sei schlau und versuche, etwas Fett anzusetzen. Wie meinst du das? Würstchen, hä? Kannst du den Schmerz behalten? Ich habe Beziehung. Gewöhnen Sie sich daran. Zähnen, Nähe und Haft. Ich habe nichts gebracht. Ich hätte etwas Geld in meinem Rucksack, aber das haben Sie nicht. Kann man Dreck und Schmutz mit Schmutz im Auge fluchen? Ist Ihre Seele verschmutz? Denken Sie daran. Bleiben Sie sauber. Ich will den Jäbel wieder dafür. Man versteht ja kaum was, Alter, weil diese blöde Schnakel auch die ganze Zeit am Narbein ist. Und keiner will die Alte hören. Ich will den Jäbel wieder dafür. Okay. Alter, hier ist ja was los. Schau dir mal diese Barack an. auch jetzt geht das schon wieder los die alte die nervt doch